Was geht auch mein lieben Comic von der Willkommen zurück zu einer großen neuen Folge Neue Comics Ja wir schauen uns heute alle neuen Comics an die ich mir letzte Zeit geholt habe und Ja es sieht immer ein bisschen aus deswegen habe ich hier nur oben die Kamera einstellen ich hoffe das passt trotzdem für euch Ich habe auch gesehen das letzte Mal war nicht so geil fokussiert deswegen werde ich gucken dass es in diesem Video besser ist und ich hätte gesagt wir fangen gleich an Das Erste was ich mir geholt habe ist ein Walking Dead Comic wieder mal, nämlich Negan ist hier Es schimmert leider ein bisschen ich hoffe das ist nicht zu krass hier sieht man es ganz schön Denn ich habe mir alles von Walking Dead geholt für glaube ich nicht mal 100 Euro Und doch ich glaube es waren 100 Euro ich weiß nicht mehr genau auf jeden Fall habe ich mir alles von Walking Dead geholt die Leute die mich kennen Die wissen ja dass ich eigentlich schon was von Walking Dead habe und jetzt habe ich mir doppelt geholt weil ich habe mir das auf Willhaben noch mal alles geholt und ja wie gesagt ist an sich jetzt Geiles Angebot gewesen deswegen konnte ich da auch nicht wirklich nein sagen hier haben wir Teil 1 bis 8 von Walking Dead Also falls jemand noch Walking Dead lesen möchte und noch nicht die Chance dazu bekommen hat ich gebe meine richtig günstig her so falls ihr mal Überlegt hat einzusteigen ich kann die Serie echt empfehlen ist richtig gut ich finde ich auch viel besser als die TV Serie dann habe ich hier Companion Nummer 2 Weil eigentlich sind das vier Companion ich habe jetzt die ersten 8 in Hardcover-Form ich werde es aber umtauschen Falls jemand tauschen möchte wäre das auch eine Option Ja wie gesagt falls jemand Bei Walking Dead anfangen möchte Ich werde meine Anfangsbänder dann sowieso verkaufen mit dem ersten Companion auch wahrscheinlich holen mal gucken Ja und hier auch noch der letzte der vierte der auch etwas dicker ist richtig geile teile natürlich sieht man hier schon die Lesespuren aber das war jetzt für mich nicht so Tragisch weil es hat richtig günstig war Und ja ich wollte sowieso Lesen ich habe es ja schon mal gelesen dazwischen leider habe ich nicht alles gelesen habe ich habe am anfang Ich glaube es waren 16 17 zwischen nichts Dazwischen habe ich viele bände ausgelassen ich glaube über 20 irgendwo 24 25 bin ich dann wieder drin gewesen also ich freue mich schon wenn ich den Zwischenteil dann auch endlich mal lesen kann dann habe ich hier noch eine schöne sache von crosscut nämlich Avatar Suki alleine ich mag den Charakter Suki und auch den Avatar Kyoshi sehr gerne und habe mir gedacht so Ich hole mir das weil wie gesagt ich mag den Charakter gerne und ich wollte auf jeden fall mal was zu lesen ich habe schon reingelesen es ist nicht so das Krasse verstrickt ist der heftigste plot twist comic aber es macht auf jeden fall spaß wenn man Abenteuer von Suki möchte das ist so bei der dritten staffel bevor sie in den brudelnden fels kommt Geht es hier los und Oh ja fand ich ziemlich finde ich ganz cool wie gesagt ich habe nur mal reingelesen die hälfte zirka habe ich gelesen finde ich ganz cool Es ist leider ein bisschen beschädigt angekommen deswegen Da ich doch mal fragen ob ich da neues haben kann und dann Aber werde ich auf jeden fall lesen so weiter geht es mit einer collection ich weiß nicht ob ich die zwei bände schon gezeigt habe letztes mal Ich glaube nicht einmal school girl von dieser marvel superhelden collection und Und cyclops haben wir auch noch Und dann haben wir auch noch colossus Und zu guter letzt in visual woman freue mich auch sehr dass die ein eigener band bekommen habt Ja Ist ja eh nur fantastic ford von john bern drin was anscheinend der ziemlich gut sein soll bin ich auf jeden fall gespannt Ihr seht ich habe schon fast hier alles voll und glaube nach den nächsten zwei ausgaben bin ich da draußen weil dann passt es gut in mein regal und ich wollte sowieso schon Kündigen so gutternächst haben wir ein paar us comics ich habe jetzt nämlich Neue abos abgeschlossen und darüber reden wir dann merkt schon mein gesichtsausdruck ist es wunderschön also ich kann Ich kann schwierigen worte fassen wie sehr ich mich über us comics grad freue ich fühle das gerade mega mit us comics ihr merkt es eh auch auf instagram Wer mich auf instagram folgt guckt auf jeden fall vorbei fluss comic welt ich mache da auch reviews zu Kleineren sachen und ihr bekommt im update welche videos kommen könnt mit entscheiden welche fabmels Eingestellt werden und so weiter und so fort also wenn ich das interessiert dann guckt auf jeden fall beim instagram vorbei Wir haben jetzt die glass right 5 Das habe ich beim comic treff in wien abonniert warum ich da aber meine serien demnächst kündigen werde darüber reden wir später gleich Das ist die fünfe ausgabe die haben wir dann geschrieben so wir können nicht versprechen dass die sechste ausgabe bekommst ich dachte mir so Was soll das jetzt genau bedeuten aber ok und deswegen habe ich mich selber Habe ich bei andys comics express Die ausgabe 6 bestellt und da werde ich jetzt auch in zukunft meine abos lassen Denn das hat so geil funktioniert und ist auch so günstiger so eine große empfehlung weil beim comic treff zahlen und 5 6 euro wenn ich so teilweise sogar mehr für den us heft und bei andys comic express sind im schnitt 3 euro 90 was schon krass ist deswegen habe ich mir die ausgabe 6 bestellt und gleich paar abos abgeschlossen Ich werde es nach und nach beim comic treff meine abos wieder dezimieren und dann alles auf andys comic express umstellen weil wäre sinnlos bei zwei verschiedenen dingen Zu bestellen wobei ich den comic treff shop in wien sehr gerne mag und deswegen auch weiterhin dort einkaufen werde aber us comics sind wir da zu Justin the glass right ist eines der besten justin the comics die jemals gelesen habe es wird auch von mir eine review dazu geben also auf jeden fall da reingucken Das ist richtig stark also ich habe mir richtig gut gefallen ich habe es mir unbedingt holen müssen weil chip stars geschrieben hat die cover finde ich jetzt mittlerweile Irgendwie wieder richtig hässlich ist bei mir irgendwie so ein hin und her mit den coveren teilweise finde ich die scheiße teilweise nicht die wunderschön aber ich muss sagen ich habe die reihe gelesen und sie hat viele twists Sie funktioniert richtig gut auch beziehung bei der just league so was hat man eigentlich so noch nie gesehen und das haben wir echt gut gefallen ich war nicht wusste dass Es ist gut weil chip stars ist einer meiner lieblings comic autoren und deswegen musste ich mir das ganze auch direkt in us original Eine neue ausgabe von meinem abo ist superman son of karl 5 und wir sehen hier schon klein oben das pride logo denn superman wird in dieser ausgabe schwul und es geht nicht um diesen superman Karl l sondern ist das sohn john kent Ja was soll man dazu sagen ich finde es cool ich finde es cool gemacht es gibt halt so comics da muss ich ganz ehrlich jetzt einfach mal die kamera sagen da wirkt es halt irgendwie Erzwungen und so richtig dass man leser das reindrücken möchte dass sein charakter irgendwie so schwul oder lesbisch oder bisexuell wird wobei ich glaube Es ist sogar bisexuelle superman hier Und hier ist es richtig gut gemacht es wirkt natürlich es wird cool ganz normal also ich finde man muss es jetzt auch nicht groß thematisieren So hier dieses pride banner brauche ich zum beispiel auch nicht das ist kein grund warum ich mir einen comic holen würde aber Wenn das für andere leute ein grund ist dann finde ich das auf jeden fall akzeptabel und ich finde es auch irgendwie ehrlich gesagt ganz cool dass die sie da jetzt das Pride ding ist ein bisschen thematisiert weil harley queen und poison idol sind glaube ich jetzt auch Zu irgendwie ein bisschen zusammen und da gibt es jetzt so eine pride auflistung von comics das finde ich eigentlich ganz cool muss ich sagen ich werde mir Auch ein bisschen was davon holen weil mich das thema selber interessiert und wie gesagt Superman son of karl l ist eine der besten Superman reihen die ich jemals gelesen habe tom taylor ist gerade mein absoluter favorite autor ich liebe diesen typen er hat es einfach drauf und ich werde mir Alles holen wo das sein name umsteht ohne scheiß tom taylor der typ hat es drauf cooler typ er macht alles gut eine sache gab es an der serie Die hat mich richtig abgefuckt da wollte ich die serie deabonnieren aber darüber Werde ich in meiner review reden weiter geht's mit superman action comics 1036 superman is of war world mit der authority Leider weiß ich gar nichts über die auf vor Authority ich weiß nicht wer das genau spricht Denn ich habe superman und die authority von grant morrisen noch nicht gelesen das kommt dann bald in deutschland raus werde ich mir dann auch Als deutschen sammelband holen aber hier geht es auf jeden fall weiter ich hänge bei action comics ein bisschen hinterher ich bin genau vor der ausgabe wo superman die erde verlässt Wurde aber beim superman son of karl schon thematisiert deswegen weiß ich da trotzdem ein bisschen bescheid ich werde aber Wie gesagt möchte ich gerne noch vor her future state lesen und dann werde ich bei action comics da wirklich rein lesen wo Superman dann die erde verlässt so weiter geht es mit einem wenn ich sogar mein comic des monats wobei der hype war ein bisschen größer Als das comic selber nehme ich dark nights of steel das ganze ist ein alternatives die sie universum das im mittelalter spielt Und es ist richtig schön erzählt hauptsächlich thematisiert werden hier natürlich batman und superman im ersten heft seine zwölfteilige mini serie Ich meine guckt euch dieses cover an ich werde auch ein paar zeichnungen einblenden den zeichnungen sind einfach nur fabelhaft ich glaube ich habe schon lange nicht Mehr so schöne zeichnungen gesehen die so stimmig sind es ist batman im mittelalter superman im mittelalter es ist Viel anders gemacht was mich anfangs ein bisschen abgefuckt hat aber grundsätzlich finde ich ziemlich cool und es gibt auch schon ersten richtigen schönen plot twist hier In einem usf das muss man zusammenbringen weil zum beispiel superman son of karl l das wurde übrigens auch von tom taylor beschrieben einer meiner lebensaktoren aktuell Aber superman son of karl war so das erste war einfach nur so eine superman action und das ist für mich auch komplett akzeptabel Ein usf man kann nicht so viel machen aber hier ist es gleich richtig krass was hier alles abgeht man sieht viele charaktere und es ist interessant weil Man muss hier nicht mal neue charaktere integrieren sondern man kann die charaktere nehmen die es gibt Und zeigt sie halt in einer mittelalterlichen form und das macht die leser auch schon heiß coole thematik mit rittern hexen magiern und so weiter Also da bin ich auf jeden fall gespannt da ist sowieso ein abo drin da bin ich richtig gehypt und wie gesagt ist jetzt schon eines meiner absoluten lieblings comics Ich war so gehypt ich liebe einfach so medieval themen also so mittelalterliche So mittelalterliche sachen fantasy sachen liebe ich und wer game of thrones or the witch oder sowas mag der soll auf jeden fall reingucken So genug geschwärmt über tom taylor denn jetzt wird weiter über tom taylor geschwärmt ihr merkt und es ist ich habe es auch gesagt aktuell mein absoluter lieblingsautor Ich wollte mir die nightwing us reihe holen und ich habe auch mit dem guten comic in ein bisschen drüber gequatscht Aber leider sind die erste ausgaben ein bisschen vergriffen ich werde gucken ob ich die noch bekomme als hefte würde mich echt freuen ich zahle auch Gerne ein bisschen mehr ich habe da kein problem damit Aber ich würde ja echt gerne bekommen und wenn ich nicht komplett bekomme auch kein problem denn ich steige hier bei nightwing bei us ab der 84 ein Ich wollte sowieso nightwing ich finde einfach die cover zu schön von nightwing als dass ich mir das paperbacks holen könnte Und deswegen habe ich beschlossen werde ich mir das einfach als us reihe reinziehen wie gesagt hier 84 mit 4 state geht eine neue story los Der erste paperback ist genau bis zur ausgabe 83 und ab der ausgabe 84 ist das hier eben Gibt das hier weiter das heißt ich werde mir den ersten paperback holen vielleicht sogar auf deutsch mal gucken Ist ein bisschen einfacher für mich und dann ab der 84 bin ich eh bei us drin irgendwie hätte ich auch gerne die deutschen paperbacks aber Die cover sind einfach zu schön hier habe ich ausgabe 85 also heft 85 aber das ganze leider ein variant ich wollte kein variant aber die normale ausgabe war vergriffen Vielleicht will ich tauschen oder so wobei das cover eigentlich egal aussieht aber es ist halt schöner wenn man hier die ganzen nightwing sachen also die nightwing logos oben hat und so In der comic box drin und dann noch ausgabe 86 ebenfalls von tom taylor 4 seht ich habe keine ahnung was es ist ich habe aber ganz ehrlich überhaupt keinen bock auf 4 state ich habe mir von guten kosmik Comicrider schon ein bisschen was angeguckt der lobt es deswegen wird auch auf jeden fall reingeguckt und mal gucken was das dem ganzen wird Aber wie gesagt bei tom taylors nightwing bin ich zuversichtlich dass es gut wird ich habe selbst noch gar nichts gelesen von dem zeug wie gesagt ich habe mir vorher den ersten paperback holen Weiter geht es mit venom 1 eine neue venom nummer 1 ich wurde leider schon ein bisschen gespoilert wer hier im venom anzug drin steckt denn es ist nicht Eddie brock ich werde jetzt aber keine sorge nicht verraten wer das ist Ja ich wollte auch die venom nummer 1 haben wenn ich ehrlich bin und ich habe es auch im abo gleich ab der nummer 2 Ich habe ab der nummer 2 im abo und die erste habe ich mir so noch geholt habe auch 5 euro oder so 5 6 euro oder so bezahlt was eigentlich vollkommen in ordnung ist weil ich Sehe gerade 599 ja ich habe schon reingelesen ich finde es cool es ist brian hitch der zeichner Ja ich weiß nicht brian hitch ist irgend so ich feiere den aber ich verstehe eigentlich gar nicht wieso der so berühmt ist weil Verstehe nicht so andere leute den feiern blöcke sagt Ja als nächstes habe ich eine mini serie Abonnier Und die ersten vier hefte geholt weil die gab es schon ich habe eigentlich gedacht ich lasse die aus und hoffe dass es in deutsche kommt Aber dadurch dass es so ein titel ist ja vielleicht nicht ins deutsche kommt und ich möchte unbedingt lesen habe ich mich dazu entschieden doch ins us aber mit reinzunehmen booster gold Was labere ich blue and gold Ja ist halt so eine fun serie ich bin echt gespannt was was die serie kann ich habe noch gar nicht gelesen sage ich ganz ehrlich Und ich glaube ich lese es auch erst wenn es fertig ist wobei die ersten vier us-septe kann man hier schon lesen Ich habe mich in den charakter booster gold verliebt als ich das event heroes in crisis gelesen habe tom king hat den wunderschön geschrieben Und auch im batman run kam den ordner noch mal vor Ja einer meiner lieblings die charaktere geworden auch wenn ich noch nicht so viel von ihm gelesen habe eigentlich nur die heroes in crisis Und den igel moss band mehr habe ich gar nicht von dem gut gelesen Ja aber wie gesagt ich mag booster gold sehr gerne blue beatle die beiden miteinander da habe ich bock auf eine miniserie die einfach nur spaß macht Muss gar nicht um so viel gehen ja weiter geht es um das habe ich vergessen zu zeigen ich dachte das habe ich schon im letzten video gezeigt Hier nehme ich superman son of karl mit zwei richtig schön kammer das habe ich anfangs nicht so schön gefunden aber das finde ich so dynamisch und so schön Ich hoffe das fokussiert ja auch alles ich habe mega schicht schon wieder Ja super hier verlässt auch superman die erde um nach war world zu gehen das haben die richtig überraschend und schön gemacht auch wie superman seinen freund der familie Vorstellt und so weit und so fort wunderschöne serie ich kann jeden superman fans herz legen Richtig schöne sache dann haben wir eine neue miniserie abonniere ich akumen green arrow deep touch it Viele leute haben mir gesagt dass sie sehr wahrscheinlich ziemlich unnötig wird und ja was soll ich genau das so sagt Ich weiß nicht ob ich extra eine review dazu machen soll wenn dann glaube ich eher wenn alle heraus sind Weil ja so hat das für mich nicht viel sinn aber wenn man sich das cover genau anguckt dann sieht man wobei sieht man eigentlich nicht das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen aber dass er und green arrow und aquamin hier vertauscht sind wie ihr seht Weil die haben irgendwie so die rollen getauscht man weiß noch nicht warum man sieht so ein schurken der zeitreise experimente macht Und mehr erfährt man im ersten halb doch nicht es gibt eine klopperei zwischen einem akumen und einem green arrow die halt Vertauscht sind und finde ich ganz interessant die thematik ich sage es aber ganz ehrlich habe mir nur geholt weil ich habe mir damals auch so Also damals von ein paar jahren hat diese dino hälfte von den beiden gut die ziemlich spaß gemacht haben und deswegen ist das für mich trotzdem so ein bisschen nostalgie Und ich habe einfach bock aquaman green arrow miteinander zu sehen Keine ahnung wer es geschrieben und gezeichnet hat aber mir gefällt es auf jeden fall weiter geht es mit etwas neuem das ich jetzt im abo habe nämlich flash ab der Nummer 775 ich habe keine ahnung ich habe bisher eingelesen ich habe mich überhaupt nicht ausgekannt ich sage es ganz ehrlich aber ich werde Wahrscheinlich schon wieder reinkommen Keine ahnung was es eigentlich wirklich geht Ich wie gesagt ich werde mir einfach ein paar us-comics holen und dann mal gucken ob ich da überhaupt dran bleibe wenn das jetzt zu krass ist Dann muss ich gucken dass ich da irgendwie aufhole oder mir dann halt irgendwie die paperbacks hole Weiter geht es mit berserker 5 Hier haben wir die 5 ausgabe richtig geile reihe gefällt mir richtig gut kommt auch ein netflix film dazu Ja weiter geht es mit spider-man 35 ich bin da jetzt ab der 35 bei heften drin denn ich habe ja die ersten paperbacks Und sobald ich die komplett habe werde ich das lesen weil dann habe ich die alex ross variants wer sich auskennt und dann werde ich auf hefte umsteigen ab der 35 Weiter geht es mit superman ich habe keine ahnung welche ausgabe das ist weil ich schon gebackt und gewordert habe mit einem variant cover zu future state Das muss ich jetzt auch endlich mal lesen ich habe schon so hart bock Ja sieht mega aus das variant cover gefällt mir richtig gut Auf jeden fall ein griff wert weiter geht es dann auch mit detective comics mit der neuen reihe von future state Ich bin auch drauf gekommen ich muss es vom letzten video noch korrigieren dass das keine Keine durchgängigen serien sind sondern nur mini serien das habe ich selber nicht gewusst sorry Ja den mora einer meiner aktuell absoluten lieblings zeichner bin ich echt gespannt was der daraus macht und dann habe ich noch die normale Batman reihe das habe ich mir zweimal geholt weil ich wollte das variant dann auch weil es einfach so schön aussieht und ich hatte aber das normale schon bestellt und hier auch das normale cover Aber wie gesagt ich finde das variant ist halt abnormal Ja weiter geht es mit zwei fehlenden ausgaben die ich noch nicht hatte nämlich batman 53 und batman 54 Ich bin da nicht aktuell dran Ich stehe da noch beim joker war mittendrin ich habe den jetzt aber fertig und Ich glaube bei der ausgabe 50 oder so ist er fertig Ich muss da mal nachlesen aber wird noch etwas dauernd erkennt mich Ich habe den dritten hier hinten stehen aber ich habe ihn leider immer noch nicht gelesen ich sag's es ist Ja eine meiner absoluten avengers lieblingsserien unbedingt reingucken ist richtig gut ich habe eh schon viele reviews oder ich habe es zumindest oft erwähnt Weiter geht es mit invincible Nummer 7 habe ich mir jetzt auch endlich geholt ihr seht auch schon ich habe schon ein bisschen reingelesen Eine meiner absoluten lieblings comic rein ich muss nicht viel dazu sagen es gibt eine tv serie aber das comic ist halt einfach um Welten besser ich feiere das so abnormal Ryan Odley auch einer meiner absoluten lieblings zeichnern aktuell Ja Eternals von kieran gillian und azzard rebic zwei leute die ich sehr gerne mag azzard rebic einer mein lieblings zeichner wobei ich sagen muss hier ist er gar nicht so krass Und dann haben wir auch kieran gillian die once and future geschrieben hat dass ich auch letztens reviewt habe komme ich nochmal dazu Ich habe reingelesen ich muss sagen es ist nicht so revolutionär wie ich dachte also es ist es wirkt ein bisschen finde ich wie die wie der x-man Neustart von jonathan hickman so nur mit eternals halt Es hat ein bisschen was von dem finde ich Ich mag ja grundsätzlich kieran gillian sehr gerne und ich habe auch noch nicht alles gelesen ihr seht ich habe da wieder nur reingelesen Aber ich finde es interessant und mal gucken vielleicht wird es eine review dazu geben aber der band wird entscheiden ob ich dran bleibe Aktuell tendiere ich eher zu nicht weil ich aktuell generell meine sache ein bisschen kürzen möchte was ich mir alles hole aber Mal gucken vielleicht so wie ich mich kennen ändere ich meine meinung eh wieder Dann haben wir noch das zeige ich vorher nämlich war of the realms Ja ich habe ehrlich gesagt keinen bock drauf ich wollte es mir einfach holen weil in der venom reihe von donny kate wird es oft erwähnt das wird überall oft erwähnt Ich habe jetzt irgendwie das gefühl als dass ich das event noch lesen müsste weil irgendwie wie gesagt wird überall erwähnt und Ich habe gar kein bock es ist zwar von jason aaron der die aktuellen avengers schreibt ich mochte den echt mal richtig gerne es war eine zeit lang mein lieblingsautor Aktuell keine ahnung machte für mich nur noch unnötigen stoff Weiter geht es dann mit once and future da habe ich mir auch die nächsten bände geholt ihr wisst ja ich habe da eine review dazu gemacht und war begeistert davon also Meine review schaut euch bitte meine review an weil die haben wenig leute gesehen und ich Den morat gezeichnet kieran gillian geschrieben beide namen hatten wir hier schon Richtig schönes ding ohne scheiß bitte schaut euch meine review an und holt euch das teil ich kann es wirklich jedem ans herz legen eines der besten comics Die jemals gelesen habe das habe ich jetzt tatsächlich gesagt das war meine neuen comics hat euch was davon gefallen oder sagt ihr alles vor scheiße was habt ihr euch diesen monat Geholt schreiben wir ein bisschen drüber in den kommentaren ich würde es freuen lassen wir ein bisschen like ein bisschen liebe und kommentare da schönen tag Schönen tag